Wir sind eines der sechs Projekte, die jeden Freitag hier in Badel stattfinden. Wir bauen und programmieren aus Lego unterschiedlichste Roboter. Das Projekt wird geleitet von Herrn Giebel und Carina van Beek von der Universität Twente. Unser Ziel ist die europaweite First Lego League, ein Wettbewerb für kreative Lego-Entwicklung, der jedes Jahr in einer anderen europäischen Stadt ausgetragen wird. Das Finale findet dieses Mal in Regensburg statt und natürlich wollen wir dabei sein. Hier auf Badeler Blogs könnt ihr den Fortschritt des Projekts mitverfolgen.